Ahoi Leute, da sind wir ja. So haben wir schon geleert. Jo, gut, denn wie angekündigt rocken wir jetzt die restliche Insel hier leer. Das dürfte uns auf jeden Fall erstmal wieder gut was an Loot bringen. Ja, na gut, Gummi brauchen wir jetzt nicht so. Kriegen wir wahrscheinlich jetzt hier eh überall noch mit. Ach, Silber. So, und hier. Wow. Noch ein Teddy. Ja, nee, komm. Das ist doch ein Teddy zu viel. Gut, wir gehen erstmal hier lang. Okay, ich merke schon, wir werden eine Menge Schrott haben. Hä? Ah, guck mal, jetzt können wir auch wieder Munitionen. Können wir den auch? Jo. Komm, da muss noch ein bisschen mehr rausgehen jetzt. Oh, eine Komponente. Eine. Ja, naja, immerhin. Besser als keiner. Ach, nö, kommen wir jetzt nicht schon wieder mit Dings an. Es wird kalt. Na toll. Blö, 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 oh. Haben wir Essen? Nee, haben wir nicht. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt noch was finden. Äh, wuuu. Geschaut. Äh. Das ist aber jetzt ein ziemlich weiter Sprung. Oh Gott. Ja komm, das Auto brauchen wir nicht, gellig. Oh, was hier? Oh, komm, das ist doch eine super Stelle, um hier was zu verstecken. Toll. Hier haben wir nichts. Da haben wir auch nichts. Hm, hm, hm. Ja, nee. Was haben wir hier? Oh, nee, den Rock, den will ich heute auch noch nicht. Einige können es ja gerne tragen, aber nö. Hm. Gucken wir hier nochmal. Da haben wir noch einen Tuch-Tuch. Ja komm. Wir holen hier das Dach mal. Damit. Was war hier? Okay, das brauchen wir ja definitiv nicht. Nö. Nö. Das ist nicht so. Da kommen die mir auch gleich mit. Wenn wir jetzt eh schon da nach der Nähe sind. Verbrauchen tun wir es auf jeden Fall. Und Munition teuer. Ne, das ist nicht keiner. Oh, da ist noch ein Auto. Sieht super sehr gut aus. Die, 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 die. So, Benzin kriegen wir auch. Oh, hallo. Haben wir es eigentlich schon da rum? Was ist da hinter? Nö. Die würde ich auch haben. Moment. Können wir eigentlich? Ne, die sieht doch schon so komisch aus. Oh, na komm mal. Na gut, Benzin haben wir jetzt eh. Können wir da auch mitnehmen. Hier haben wir auch nichts gemacht, ne? So ein Brot hatten wir jetzt auch nicht zu essen, ne? Hm. Ja, ja. Ja, ja. Schön. So, was war das hier? Achso, nö. Okay, die Hütte haben wir. Die hatten wir gestern schon durchsucht. Und hier haben wir echt kein Zeug am Boden. Also keiner, kein Kohl, nichts. Hm. Bisschen blöd. Ach, kommt hier so ein bisschen Essen drin. Naja, was zu trinken. Da haben wir noch Auto. Da noch 200 Benzin. Und dann war's das. Uff. Okay, das können wir wieder aufmachen. Wie sieht's denn jetzt aus? 64? Hm. Da gibt's ja noch einiges. Da gibt's ja noch einiges. Aha. 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 Sie mal. da haben wir nicht aber nicht bedeuten mehr vorgesehen also war so als hätten wir hier einiges an körper gesehen so selten waren wir noch nicht wie es aussieht wir verhungern gleich ok haben wir irgendwo Muscheln hmm ne ne komm schon shit der geht schon runter keine Fische ist hier warte an mh 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 naja wie ist noch auto er kommt das noch genug ja ne komm wir brauchen wir brauchen essen wo waren das jetzt toll zu hause bis jetzt in der seite auch nicht mehr wollen da sind wir ein bisschen falsch wir müssen noch da da im eil tempo das stimmt das haben wir gesehen ja das sollten wir auch schaffen so das war ja ungefähr da wo wir hin wollten oder mussten da haben wir schon die polizeistation so wird auch immer das hier war so das war ja gut da würden wir schon essen finden da brannte sowohl das schwein und da haben wir es zu hause die polizeistation oder polizeiwache je nachdem ja gut die haben wir jetzt eh leer weiter wird auch schon wieder nachgesponsor wo auch schon die 15 gefühl kann man gemacht toll sortieren wir jetzt außen wenn wir uns theoretisch eigentlich fast auf dem weg machen zum nächsten so ich hoffe na nö schade ja ja ne hier ähm da ach mhm komm da noch mal ein wenig genug so gut denn ja ja unser massen hart und holz dort haben wir voll schön dann haben wir hier noch schrott und das war's dann haben wir komponenten hat schon mal wieder ganz gut aus aber wir haben gesehen allein hierfür ne ne nicht dafür für was anderes ja stimmt diese komischen äh fortschleckigen teile war ja ein stack ja schon für einen teil äh dann glas hm gummi toll wir haben die scheiße doch mitgenommen so stopp und wir brauchen wir den eigentlich gar nicht naja also müssen das habe ich jetzt noch nicht gesehen wo wir es brauchen so so modernes krass krass und so die die hat auch noch so ein teil unserer naja gut runter nächste ladung holen buch 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 wir müssen uns auch immer noch was für die maul überlegen was schon kommentar ist auch schon erwähnt wir können halt nicht wirklich von außen oder von oben erhöhen die leute weg ich hoffe ja dass mit unseren also mit unseren maschinengewehr ein bisschen mehr machen können bevor sie auf der insel kommen ansonsten wird es ein bisschen schwierig hier die rest nehmen wir mit und jetzt ein angriff für nach holen und dann können wir das wesentlich ausprobieren aber naja sowas hat mir jetzt nichts dabei haben schrott auch nicht aber noch mal komponenten sehr schön waffenteile die haben wir nicht den haben wir aber 14 haben wir auch das ist ja so ein ding ok wird auch dort auch dort auch wird aber nicht das haben wir da das kompon das rein da war ja denn das ja munition das war der ja genau da haben wir jetzt auch die dinger ja ja hier schmeißen wir ganz so gut das ist ja unser das wird nicht das aber hier denn ja nö 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 so 5 haben wir noch das reicht und machen wir doch mal schnell voll gut haben wir ja gut machen wir mal jahren also ein paar bieten haben wir jetzt noch den schwertig muss ein paar möbelchen bauen haben wir ja schon den auf jeden fall der ist auch ganz cool das ist auch ganz cool muss nicht sein auf jeden fall besser als das was wir haben dann wäre das aber auch gut aber ich mag kühlschränke hatten wir glaube ich so eingelegt das hier brauchen wir überhaupt nicht machen wir haben das ja schon mal gehabt das war ja gut ja scheiße wir brauchen holz und war dieses hier und so dann legt man los schön mit deckel jetzt auch irgendwie was machen können so drei stahl war ne 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 da so eine auch ich würde sagen wir bauen dafür noch einen zweiten nö ne 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 he weil das strengt jetzt auf jeden fall die zeit Was kostet denn das Ding, Wolf? Ja, komm. Wollt? Seht ihr? Ha, dadurch kriegen wir noch mal einen. Äh, was war das? 30 10 Und 10, Moment. Aha. Äh. So. So. Da ist nur wohin, am besten in der Atom. Oh, ich kann ja alles bauen. Siegewerk. So. Wie haben wir noch Platz? Acht Stück, naja. So. So. Braucht die Dinger? Echt? Gut. Na, das geht schon besser. So sechs Leder brauchen wir auch noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wunderschön. Haben wir noch was? Nö. Und das verhalten wir eh. Okay. Hier haben wir nichts mehr. Hm. Ähm. Ja, also das Ding ist hier echt total sinnfrei, ne? Also eigentlich beide. Aktiviert nahegelegene Alarme, wenn Feinde in der überwachten erreicht weiter. Ah. Ne. Das macht trotzdem keinen Sinn. Ich mein, wir kriegen ja eh hier rum Bescheid. Ich mein, das wird vielleicht noch nützen, dass wir dann sehen, aus welche Richtung sie kommen. Aber das sehen wir ja sowieso. Hm. Bräuchten wir von dem ganzen Zeug eigentlich nichts. Das hier vielleicht, vielleicht war im Grunde auch nicht so wirklich. Oh. Ich hab kein Holz. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann. So. Dann schauen wir hier oben an. Ja, wir müssen auch noch ordentliche Lampen rein. Allerdings brauchen wir auch noch ordentliche Lampen. So. Denn. Ach so, ja. Nee. Oh. Was ist denn hier, ne? So ist er weg. So ist er weg. Echt? Ich versuch doch. So. Also ich würde sagen, dann müssen wir nochmal mit dem Schrank an. Also mit der Kiste. Einen Minikus. Der, wo bist du? Da. Ja. Das passt. Mann, ich mach das Brotschirm mit dem Haus. Voll nervig. Hier kommt noch ein Kleiderschrank rein. Jo. Auch mal schräge. Ja. Dann hatten wir diesen Dinger. Ja, so eine schöne Kommode. Kommen wir hier hin. 26. wir haben ja auch hier rein haben wir hier da kommt ein bisschen rein warum wir warum auch immer wie die ringe immer noch nicht stecken können aber das ist mir auch eigentlich egal ja ja doch schon aber ja haben schon viel kohler so jo jo fenster ok ja 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 okay um come on um um ja gut kein plan kann allerdings hier können wir so also so was hier zum beispiel oder diese dinge schon mit denen da drin erstmal lagern so dass wir hier machen keine ahnung können wir mal gucken was wir da haben was wir jetzt nicht so brauchen waffen 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 ja doch das ist gut schön blöd ob wir noch über die türen rein muss eigentlich auch nicht sein wenn wir könnten ja und das machen wir morgen auch noch anders aber das ist mir echt ein dorn im auge und dann kümmern wir uns auch ums dach denn ehrlich gesagt finde ich das hier schon schön ist halt schön geschlossen und dicht und leider gibt es dann nichts was wir hier an machen können ja sprung platte ja hörten wir aber dann sehen wir auch nur diesen bereich ja sehen wir ja hier ja ja ansonsten ist da nichts ja 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 gut damit könnten wir eventuell aber ich meine ein Eisenbahn auf gar keinen Fall da bin ich ein geiziges Arschloch ne guck mal an wie viel das ist hätten wir so eine kleine Muchthütte ok wo wir vielleicht 10 Eisen bräuchten kein Problem kein Problem aber das ist mir dann hier doch ein bisschen zu übertrieben ok aber nichtsdestotrotz Leute war es das heute wir schließen erstmal die Türen gehen hier zum hässlichen was morgen noch umgebaut wird und ja gute Übergang dann sehen wir uns auch morgen macht's gut Leute haut rein tschau tschau und gleich mit das ist und das ist Vielen Dank.